Hallo und herzlich Willkommen bei German Gamer Company. Ich bin Skormato und wir spielen Yu-Gi-Oh! gegen den werten Herren Zuwerder. Hallöchen! Gut. Ich hab keine Ahnung was er nimmt. Ich weiß jetzt auch nicht, was er nimmt und dann fangen wir mal gleich an. Ah, die Hand könnte tragischer sein. Ich lass mal so. So. Oh nein! Doch, genau. Ich spiele Heredity. Nein! So. Dann machen wir das mal so. Und so und nehmen uns dich. Und dann setzen wir dich und entfasen. Figur, das ist jetzt nicht so. Ich bin jetzt mal sicher. Ah,20 Prophecy. Ja, Prophecy. Auch schön. So, kennt man ja, ne? Hier Makibuch der Geheimnissen, Mäßigkeit, Makibuch der Macht gerade genommen. Jetzt kommt dann die Priesterin. Normalerweise. Ja, da ist sie auch schon. Ja, ich hab netz. Aber... Meine Flammelwache ist weg. Wohin, ich hab nichts gescheitzt zu. Gut. Dann schicken wir mal... ...als nächstes... ...dich auf den Friedhof. Was? Das wird böse, hab ich gesagt. Ja, da könntest du recht haben. Dann aktivieren wir dich. Und... ...schmeißen. Müssen dich und dich leider wegschmeißen. Solange mir das auch tut. Aber die Priesterin muss da weg. Ich störe. ...schmeißen. ...schmeißen. ... ... ... Es läuft eigentlich mal ganz und gar nicht so, wie es sollte. ... 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 So, jetzt bin ich wieder auf der Hand. Okay. Okay, das läuft. Äh, nichts sei gerade toll. Was ist der Sinn der Sache? So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass du keine drei Markiplücher in der Hand hast. Ich weiß ja, dass du Geheimnisse und Macht in der Hand hast. Und warum zum Geier habe ich früher eigentlich Ding verbannt? Das war höllendämlich. Aber, naja, das Viech musste weg. Futter. Muss noch Risiko gehen und nichts machen. Ach, danke. Na klar. Na, jetzt hast du mal klug gezogen. Okay, Geheimnisse, Geheimnisse und Macht. Die Kraft der Prophezeiung. Geheimnis. Die Kraft der Prophezeiung. Die Kraft der Prophezeiung. Oh, ok. Wir wollen mal sehen, was jetzt noch passiert. Es war ja vorher Leben, was du dir genommen hattest, wenn ich mich irre. Na, das ist zur Sicherheit. Ja, und das hat uns wehgetan. Okay, ich merke gerade, ich hätte... Da kann leider wieder nichts machen. Mal gucken, was ich nebenbei so ein tolles zaubern könnte. So, dann schmeiß ich mal einen von dir auf den Friedhof. So, dann schmeiß ich mal einen von dir auf den Friedhof. Oh, fuck, this is going to hurt. Oder ist das der Kill? Ja, es ist der Kill. Best. Ja, du rückst mal noch besser rein. Scheiße. Ja. Gut. Hängen wir hier noch eins dran? Wir bist dran, Match. Ja. Hat ja wunderbar geklappt. Da hätte ich jetzt echt gedacht, dass das mehr wehtut. Gut. Dann gucken wir mal, was wir hier so siden können. So, das hier machen wir auf jeden Fall schon mal. Und auch das würde sich anbieten. Dafür kriegst mal du raus. Und du raus. Und du raus. Was geht mit dir ab? Ich bin zwar nicht der große Effekt von Facebook, aber sowas liebe ich. Ich schick's dir mal kurz. Ja, toll. Mitten in der Aufnahme. Du bist echt manchmal ein Genie. Ja. Sorry. So. Gut. Dann machen wir das noch so. Und so. Und so und so. Und fertig. Was hab ich denn erklärt? Okay, das ist jetzt eine Hand, die ist super super toll. Nicht. Ja, natürlich. Lass mal das hier. Du, was du nicht lassen kannst. Na komm, schick den auf den Friedhof oder verbann ihn. Genau das war mein Ziel. Ja, und in der nächsten Runde kommt ihr... Ja. Böse. Machen wir dich mal weg. Oh, schön. Das gibt Schaden. Äh. Streng genommen gar nicht mal so viel. Mh. Ich mach mich mal eben ganz gemütlich wieder gar nichts. So, aber jetzt fliegst du auch noch weg. Okay. Böse. Das kannst du machen. So. Ich hoffe, dass mein Plan aufgeht. So. Und ab jetzt wird's böse. Ich rieche böse. Jetzt kommt Blaster. Ja, und dann schickst du den anderen Drockner mit mich. Dann kommen die beiden. Tidal. Oder? Du hast ja Tidal und dann kommt was ganz ganz böses. Tidal. Und dann kommst du wieder zurück in Friedhof. So. Und bäms. Super. So. Und... Schmeißen wir jetzt als nächstes mal einen von Gear weg. Gut. So langsam kommt das Deck entfährt. Na, leider. Ja. Mich kann nix machen. Boah, Pf. Nein! So, jetzt annulieren wir mal ein feier so. Oh nein. Doch. Genau das tun wir hier. Ah, nein! Jetzt muss ich mir noch was einfallen lassen. Dann rennen wir da Vollgas ein. Und jetzt kommt natürlich keine Exis-Beschwörung, weil das wäre ja maximal den Wind. Na, ist verloren. Ja. Skilldrain ist gemein. So. Und ich hätte gerne einen weiteren von dir. Ich habe drei Priesterinnen auf der Hand und nutze zwei Magie-Buch-Karten. Boah, ich hasse sowas. Okay, Skilldrain war jetzt echt extrem mies. Ja. Gut, damit habe ich jetzt gewonnen und drittes Match. Äh, drittes Duell meine ich. Gut. Ja. Äh, äh, das hier lasse ich mal so. Oh ja, die haben das doch schon mal ganz in Ordnung. Ja, finde ich auch. Super in Ordnung. Okay. War das jetzt gerade Hust oder war das jetzt gerade ernst gemeint? Ja. 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 weg jetzt kommt ich weiß gar nicht was jetzt kommt ach doch ich wüsste es schon jetzt könnte zum beispiel der hier kommen und dann könnte der hier kommen dann könnte der das hier und das hier wegschmeißen und dann könnte der da so kommen da kommt noch nix ist und dann könnten wir das so machen könnte das ding kommen und dann könnte man das so machen und dann könnte das ding kommen und dann könnte man das so machen und dann reicht das aber leider nicht auf den kill ich hasse big eye weil blöderweise ich könnte jetzt zwar hier noch was wiederholen ich hätte jetzt zwar blaster vorher abhängen können und dann hätte ich blaster auch nochmal wiederholen ne hätte ich nicht aber egal es hätte so oder so hätte es um 500 life points nicht gereicht und dann lass ich es lieber das sieht sehr sehr schlecht aus obwohl dir jetzt so ein schwarzes loch wahrscheinlich schon einiges reißen könnte ja der reißt nix da kann jetzt eines von den viechern zerstören und dann kannst du dich freuen und dir einen keks kaufen ich hätte ja versucht irgendwie überleben zu gehen ich hab nix auf dem friedhof ok und ich muss mal grad mein extra deck überprüfen ah ja doch da hab ich doch ein wenig was was mir gefallen möchte darf ich bitte so dann hätte ich gerne noch dich auf dem friedhof gelegt und dann hätte ich gerne dich speziell gesprungen und dich und dich weg zu machen ach nur so eins und dich und dich weg zu machen und dich und dich weg zu machen und dich weg zu machen ach ach mal erfahrt jetzt ja so ziemlich bääääääms bäääääms und bäääääms jetzt ist das deck mal so abgegangen wie es abgehen sollte gut ja ich meins nicht leider mal sagen vielen dank fürs zuschauen schaut auch mal bei äh meinem eigenen kanal vorbei also meinem kanal den ich mit einer anderen gruppe betreibt das wäre auch ganz nett link in der beschreibung und dann bis zum nächsten mal ciao 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 ciao